Xiaomi macht ja bekanntlich alles. Smartwatches gehörten bis jetzt nicht dazu. Bis jetzt. Mit der Xiaomi Mi Watch und der Xiaomi Mi Watch Lite hat Xiaomi direkt zwei Smartwatches am Start, wobei die Mi Watch Lite mit 50 Euro natürlich noch ein bisschen interessanter ist. Aber kann Xiaomi auch Uhren? Ganz streng genommen sind die Mi Watch und die Mi Watch Lite nicht die ersten Xiaomi Smartwatches, denn Xiaomi hat schon in China eine Xiaomi Mi Watch und eine Xiaomi Mi Watch Color rausgebracht, die es aber nie global in dieser Form hierhin geschafft hat. Es gibt jetzt aber trotzdem eine Mi Watch, die also genauso heiß, aber anders aussieht. Und neben dieser neuen Mi Watch, die jetzt gut 120 Euro kostet, gibt es eben auch die Mi Watch Lite. Die basiert auf der Redmi Watch, die auch in China veröffentlicht wurde, aber die ist nochmal ein bisschen günstiger. Da sind wir bei 60 Euro im UVP bzw. immer mal wieder so 50 Euro im Angebot. Wir gehen jetzt einfach mal von 50 Euro aus. Ähnlich wie bei den vielen Amazfit Uhren setzt Xiaomi hier auf ein quadratisches Design und im Zentrum der Aufmerksamkeit steht hier ein 1,4 Zoll Display. Das Design finde ich grundsätzlich okay. Ich finde, es ist nicht ganz so galant gelöst wie die leicht teureren GTS-Modelle, wie zum Beispiel die GTS 2 Mini, die hier im direkten Vergleich noch ein bisschen hübscher aussieht, wie ich finde. Was halt daran liegt, dass der Rahmen hier, der Gehäuserahmen etwas dicker ist, aber relativ gut verarbeitet ist aus diesem mattierten Kunststoff hier. Das Glas ist zu den Seiten hin leicht abgerundet, ist kein 3D-Glas, sondern so 2,5D-Glas. Was ich aber ein bisschen kritisieren würde, ist zum Beispiel hier der Übergang zu dem Band. Das ist halt so direkt da, also so ein bisschen gröber gelöst, während Amazfit hier auch noch mit zusätzlichen Übergängen aus Kunststoff arbeitet. Aber an sich muss man sich auch daran erinnern, dass es hier ein Preis von rund 50 Euro ist. Damit erinnert sie mich eher so ein bisschen an diese Willful-Smartwatch, diesen Amazon-Bestseller, wozu wir auch ein Video gemacht haben. Können wir euch hier oben mal gern verlinken. Ist also in diesem Preisbereich vollkommen okay, aber eben auch keine Augenweide, wie ich finde. Generell ist das Design halt so ein bisschen kantiger. Die Funktionstaste wird hier nochmal extra hervorgehoben. Das ist nicht alles so schön integriert wie eben bei Amazfit, aber wie gesagt, für 50 Euro finde ich das okay. Die Uhr gibt es in drei Farben, halt in schwarz, in so einem beige und halt in blau. Die Silikonarmbänder sind dabei der Farbe entsprechend. Hier zum Beispiel schwarz. Und das muss ich leider ein bisschen kritisieren, denn hier setzt Xiaomi auf einen ganz eigenen Verschluss. Das finde ich fast schon ein bisschen Xiaomi-untypisch, hier so seine eigene Suppe zu kochen. Das finde ich ein bisschen schade, denn sonst eigentlich, wenn man diesen Standardverschluss nutzt, wie zum Beispiel Amazfit hier, dann hat man damit eine schöne und günstige Möglichkeit, seine Uhr noch ein bisschen zu individualisieren. Das geht hier also nicht so leicht. Generell ist es auch gar nicht mal so einfach, das Band hier zu lösen. Da ist schon ein bisschen Druck notwendig. Aber gut, dafür hält es auf jeden Fall auch gut. Und ansonsten ist die Verarbeitung auf jeden Fall auch okay. Da kann man Xiaomi hier gar keine großen Fehler anstreichen. Die Mi Watch Lite ist nach der ATM5-Klassifikation gegen Wasser geschützt. Ihr könnt damit also problemlos duschen und auch schwimmen gehen. Tauchen sollte man damit eher nicht gehen. Ich war jetzt im Testzeitraum mehrere Male damit duschen. Gar kein Problem bisher. Und es ist auch eine Bildschirmsperre vorhanden, sodass der Touchscreen nicht aus Versehen irgendwie benutzt wird durch den Wasserdruck aus der Dusche. Apropos Display, das ist tatsächlich ein kleines Highlight von der Mi Watch Lite, denn das ist ein ziemlich gutes Display. Es ist zwar kein AMOLED-Display, sondern ein TFT-Display mit einer Bilddiagonale von 1,4 Zoll. Aber es ist ein sehr scharfes Display mit einer Pixeldichte von 323 ppi, was aus einer Auflösung von 320x320 Pixeln resultiert. Damit sind wir schon fast bei so einem Wert von einer Amazfit GTR oder GTS 2 oder so. Die ist zwar nochmal ein bisschen drüber, aber das ist schon sehr, sehr überdurchschnittlich und sorgt dafür, dass wir hier ein insgesamt scharfes Display haben, auch wenn es eben kein AMOLED ist. Mit einer Helligkeit von 350 nits ist man ebenfalls gut bedient. Man hat hier in den Einstellungsmöglichkeiten sechs Einstellungsmöglichkeiten für die Helligkeit. Ich benutze es eigentlich immer auf 3. Ich habe es jetzt hier fürs Video ein bisschen hochgeschraubt, aber selbst auf 1 komme ich im Alltag schon zurecht. Aber da seht ihr vielleicht selber, da wird es schon ein bisschen spiegelnder. Also ich habe es einfach mal luxusmäßig mir auf 3 gegönnt und das reicht auch. Ich habe aber dabei die automatische Anpassung ausgemacht. Kann man natürlich auch einstellen, wenn man das möchte. Hier sind insgesamt vier Watchfaces vorinstalliert, von denen dieses auch modular ist, also selber anpassbar ist. Das kann man hier ganz gut sehen, wenn man hier länger drauf hält, dann bekommt man hier auch ein kleines Einstellungs-Emoji, also so ein Zeichen, so ein Zahnrad. Und dann hat man hier insgesamt vier Module beziehungsweise Komplikationen, so wird es bei Smartwatches genannt, wo man quasi Apps drauflegen kann oder gewisse Informationen. Zum Beispiel habe ich hier meinen Akkustand, der jetzt gerade ziemlich niedrig ist, draufgelegt. Man kann aber auch Funktionen wie zum Beispiel den Trainingsmodus drauflegen. Was nicht geht und das ist natürlich eine Schande, kein Countdown. Leute, wie soll ich meinen Nudeltimer einstellen? Da muss ich dann extra für ins Menü reingehen. Also Xiaomi, bitte, bitte holt danach, sonst werde ich hier noch verhungern und keine Nudeln mehr kochen können. Aber insgesamt ist das schon gut. Ich zeige euch mal eben, welche Optionen ihr da alle habt. Zum Beispiel könnt ihr dann hier Schrittzähler, Wetter, ihr könnt Musiksteuerung drauflegen und Schlaftracking beziehungsweise Kalorienverbrauch. Also einige, aber nicht alle Möglichkeiten, nicht alle Anwendungen, die die Xiaomi Mi Watch Lite hat, gehen da drauf, was ich dann so ein bisschen komisch finde und nicht so ganz verstehe, wo Xiaomi dann da die Grenze zieht. Als ich die Uhr das erste Mal benutzt habe, habe ich eigentlich nichts anderes als eine Amazfit-Uhr erwartet und wurde dann doch relativ überrascht, denn Xiaomi hat ja alles ein bisschen auf Kopf gedreht. So ist die Bedienung grundsätzlich anders. Das merkt man allein schon an den Schnelleinstellungen. Die öffnen sich nämlich nicht, wenn ich nach unten wische, womit sie also oben sind, sondern sie sind genau andersrum. Und jedes Mal vertue ich mich da noch, kriegt man dann hier die Benachrichtigung von den verschiedenen Apps, die man halt ausgewählt hat. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Emojis werden dabei nicht dargestellt, aber man kann halt draufklicken und die sich vergrößern lassen und dann halt auch löschen. Wischt man dann halt nach oben weg, also unten befinden sich dann die Schnelleinstellungen. Wie gesagt, bei Amazfit ist das genau andersrum. Hier hat man insgesamt sechs Funktionen, zum Beispiel Taschenlampe. Man kann ja die Displaysperre aktivieren, aber man kommt auch schnell in die Einstellungen, was grundsätzlich ganz cool ist und hat hier nochmal eine Übersicht über seinen Akkustand und eine aktive Bluetooth-Verbindung. Wie wir es aber auch von Amazfit kennen, haben wir hier auf der Horizontalen die verschiedenen Funktionen beziehungsweise Favoriten. Das kann man sich dann auch in der App so zurechtlegen, wie man das haben möchte. Finde ich grundsätzlich ganz gut. Habt ihr gar nichts an der Standardeinrichtung geändert. Aber was ich ein bisschen unpraktisch finde, das sind eher so Widgets und nicht unbedingt Verknüpfungen zu der eigentlichen Anwendung. Ich bekomme jetzt zwar meine Schlaftracking-Informationen angezeigt, aber ich kann nicht draufklicken und nicht mehr Informationen rausholen. Ich sehe also quasi nur irgendwie hier ganz groß diesen Score, der mir eigentlich nichts bringt und wie viel ich dann doch geschlafen habe, aber weder meine Einschlafzeit noch Aufwachzeit. Dafür muss ich dann ins Menü und muss dann draufklicken und dann kriege ich hier mehr Informationen, indem ich scrolle. Also ich finde mir da eher so eine Verknüpfung zu der eigentlichen Anwendung wünschen. Ihr habt es gerade schon gesehen, generell das Menü, das ist was ganz anderes. Ich finde das grundsätzlich nicht verkehrt, dass Xiaomi hier was einen eigenen Ansatz sucht und das so ein bisschen wie bei der Apple Watch macht mit diesen Icons. Allerdings finde ich es auch ein bisschen unübersichtlich und nicht ganz so intuitiv. Bei einer Maze Fit hat man hier zum Beispiel eine Listenfunktion. Man liest also auch das direkt, was man auswählen möchte. Hier sieht man das nur an Icons und das finde ich dann zum Beispiel bei den Uhrenfunktionen sehr unübersichtlich. Es hat alles drei die gleiche Farbe und es ist auf den ersten Blick alles drei irgendwie eine Uhr. Von daher ist es erstmal so ein bisschen Lernen, auch ein bisschen unintuitiv und ich hätte mir dann einfach gedacht, dass ich in den Einstellungen auch eine Listenanzeige einstellen kann. Das geht aber leider nicht. Und was mir auch aufgefallen ist und was eher so ein bisschen den günstigeren Charakter der Uhr unterstreicht, ist, dass man quasi komplett auf Animationen verzichtet. Ihr seht es hier schon, wenn ich hier so durchwische, dann ist es einfach nur, als ob sich das neue Feld öffnen würde beziehungsweise es öffnet sich einfach. Es findet aber einfach kein Übergang statt. Das sieht dann zum Beispiel bei so einer Maze Fit GTS einfach ein bisschen anders aus, weil man das bei dem Wischen merkt, dass man das durchwischt und das wirkt dann halt einfach ein bisschen besser. Das sorgt dafür zwar auch, dass die Mi Watch Lite verhältnismäßig schnell ist, es sieht aber einfach nicht ganz so schön aus. Wäre natürlich eine coole Option, wenn man das einfach in den Einstellungen auch irgendwie aktivieren könnte. Wir bekommen ja so den ganz üblichen Funktionsumfang und so richtig viele Highlights hat die Xiaomi Mi Watch Lite eigentlich nicht. Wir haben hier unsere Trainingsmodi, wir haben Schlaftracking, wir haben Pulsmessung, wir haben Höhenmeter drin, Kompass, Musiksteuerung, so Atemübungen, die eben angesprochenen Uhrenfunktionen, Taschenlampe, Wetter und halt die Benachrichtigung. Und das war es dann auch größtenteils. Gerade in puncto Sportmodi hat man nur 11, da bietet Maze Fit mittlerweile deutlich mehr. Auch Huawei geht relativ flott in die Richtung 100 Sportmodi. Ob man jetzt so viele braucht, sei dahingestellt. Ich persönlich nicht. Ich gehe tatsächlich nur joggen. Und daher reicht mir das in dem Fall eigentlich auch. Gerade fürs Joggen hat die Mi Watch Lite nämlich einen entscheidenden Vorteil und das ist GPS. Das ist in einer Preisklasse von 50 Euro nämlich überhaupt nicht selbstverständlich. Und das hat bei mir im Test tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Die Ergebnisse sind nicht perfekt, aber es gibt auch nur leichte Abweichungen zu einer Apple Watch oder zu einer anderen Smartwatch. Ich hatte dann im Tracking bei gleicher Strecke circa 300 Meter weniger und ein bisschen mehr Zeit. Die Mehrzeit, die kann ich mir dadurch erklären, dass ich dann halt erst bei der einen Uhr den Sportmodus einschalten musste und dann erst bei der anderen und dann nachher auch ausschalten und zwischendurch noch Handschuhe wechseln und wie auch immer. Bei Distanz ist es halt ein bisschen überraschend, dass es dann doch so viel ist, weil wenn ich so den Streckenverlauf per GPS nachgehe, dann sieht das eigentlich alles insgesamt ziemlich zufriedenstellend und ziemlich genau aus. Ich werde mit der Uhr aber noch ein bisschen öfter laufen gehen. Das soll erstmal nur ein erster Eindruck, so ein Hands-on sein, weswegen ich auch noch nichts vollends zum Akku sagen kann. Der soll gute neun Tage halten, dank 230 mAh Kapazität. Ich komme jetzt so nach vier, fünf Tagen Benutzung. Die war so bei der Hälfte aufgeladen, jetzt geht es so langsam leer. Das dürfte also ungefähr hinkommen. Also eine Woche kommt man damit auf jeden Fall aus, würde ich sagen. Ich habe dabei die mittlere Helligkeit von drei an. Ich habe Benachrichtigungen an. Ich lasse mich damit wecken. Ich habe dann in der Woche zwei bis drei mal GPS-Einheiten über eine halbe Stunde. Also das wäre so ungefähr meine Benutzung, nur damit ihr da so einen Vergleichswert habt. Sonst ist mir nur aufgefallen, dass das Schlaftracking ziemlich akkurat ist und ich das auch sehr gut finde, dass das auf der Uhr selbst angezeigt wird als eigener Menüpunkt. Dafür ist die Pulsmessung irgendwie ein bisschen komisch. Also die Ergebnisse, die daraus kommen, die wirken tatsächlich eher ein bisschen zuvoll. Da gibt es größere Abweichungen zu einer Apple Watch oder so. Was man aber auch noch kritisieren muss, ist die dazugehörige App. Nicht, weil sie unbedingt schlecht ist, nur warum es sie überhaupt gibt. Dabei handelt es sich nämlich um die Xiaomi Wear Lite App und da frage ich mich doch, ey, ob der noch schon mal was von der Mi Fit App gehört. Also die gibt es jetzt schon seit Ewigkeiten für alle Xiaomi Mi Bänder, von denen es ja mittlerweile auch schon fünf gibt. Warum kann man die nicht weiterhin einfach auch für die Mi Watch und Mi Watch Lite benutzen? Das finde ich dann so ein bisschen schade. Da hätte man einfach, glaube ich, die Mi Fit App erweitern können. Vom Funktionsumfang und von der Übersichtlichkeit her ist die App eigentlich ganz gut. Sie verschwendet ein bisschen viel Platz dafür, dass man dann da so ein Männchen von einem selber ist. Aber naja, wenn man das haben möchte, sieht optisch dann vielleicht ein bisschen ansprechender aus. Es funktioniert auf jeden Fall ganz gut, sind alle wichtigen Funktionen dabei. Aber wie gesagt, ich hätte es einfach besser gefunden, wenn man einfach die Mi Fit App weiterhin nutzen könnte. Xiaomi hat sich mit der Mi Watch Lite tatsächlich ein ziemlich interessantes Preissegment rausgesucht, weil gerade im Angebot ich sie für unter 50 Euro zu haben. Und da fällt dann den Testern unter uns in Reviewon wahrscheinlich ziemlich leicht zu sagen, hey, das ist die beste Smartwatch, die ihr aktuell für unter 50 Euro bekommt. Sie hat es dadurch einerseits leicht, allerdings auch ein bisschen schwer. Denn man kann natürlich auch das günstigere Mi Band empfehlen, was auch schon viel von diesen Funktionen bietet und einfach viel richtig macht und teilweise schon für unter 30 Euro zu haben ist, aber eben kein GPS hat. Oder man kann auch schnell in Richtung ein bisschen mehr Geld empfehlen und kann sagen, ey, wenn ihr 70, 80 Euro ausgeben könnt, dann solltet ihr das vielleicht für eine Huawei Watch Fit oder so machen, die dann einfach nochmal ein bisschen besser ist. Gerade im GPS-Tracking, mehr Funktionen, mehr Sport und dann nochmal vielleicht ein ansprechenderes Design und ein besseres Display vor allen Dingen. Von daher macht die Mi Watch Lite vieles richtig, vieles aber auch nicht ganz perfekt. Für den Preis von 50 Euro kann ich tatsächlich aber nicht viel meckern. Gerade GPS ist da ein Highlight. Von daher, ich persönlich, wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, ich glaube, ich würde für mich persönlich eher dazu tendieren, ein bisschen mehr Geld auszugeben und mir die Huawei Watch Fit zu holen. Das Review-Video dazu verlinken wir euch hier. Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der Mi Watch Lite haltet. Habt ihr euch sie schon bestellt? Tragt ihr sie schon? Wie sind eure Erfahrungen? Oder wartet ihr lieber auf die Xiaomi Mi Watch, die ein bisschen teurer wird? Schreibt das gerne in die Kommentare. Das war es schon von mir für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!